Da sind wir wieder bei Rayman und dem nächsten Bosskampf, Morena aus der Tiefe. Ja! Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird wieder so eine Art Verfolgungsding. Aber ich täusche mich ja öfter mal. Hier ist nichts weiter. Ich glaube, ich habe schon wieder... Oh, verdammt. Hätte ich das mal vorher gewusst. Da, 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 da. Da ist nichts. Ja, ich habe schon wieder Quellen gehört und ich hatte recht. Ist da oben was zu holen? Sieht nicht so aus. Ah, was? Oh. Und ich glaube, es geht los. Okay, dass uns so ein Ding jetzt verfolgt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott, ich komme hier nicht weg. Die haben kein Herz. Wieso haut ihr denn nicht ab? Genau. Jo. Das wird ein Spaß. Oh Gott. Ich komme hier nicht rum. Ne, keine Chance da irgendwie anzukommen. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Oh Gott, ich will doch gar nicht die Dinger haben. Ich will einfach bloß hier durch. Oh Gott, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Gut, ich habe jetzt eigentlich hier nochmal einen Geheimverstück gerechnet. Oh no. Oh no. Sieht aus wie so ein japanischer Drache. Oh, na klar. Na klar. Nein. Ich wollte mich gerade in eine Ecke verstecken, aber der kommt wahrscheinlich überall jetzt mal rausgeschossen. Oh, na klar. Leck mich, leck mich. Oder am besten doch nicht. Dann kriege ich dann... Oh, klar. Ach du Gott. Wie soll ich das schaffen? Bitte? Bitte? Ich glaube vier solche Dinge waren schon beim letzten, vielleicht haben wir dann sogar schon hier fünf. Was natürlich sehr zum Kotzen wäre. Oh no. Ah, kacke. Ah, dieses extra Vieh nervt. Man muss sich jetzt nämlich auf zwei Bewegungen nur konzentrieren. Ich möchte nicht wissen, wie der richtige Endkampf drin wird. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich das nicht unbedingt schaffen kann. Ich verstecke mich jetzt einfach mal in eine Ecke. Was machst du denn dann? Ich kann ja erst mal beobachten, was er so macht. Er trifft mich. Nee, oh, ab. So, was ist, wenn ich hier bin? Nein! Oder ich mache das ganz anders. Ich verstecke mich erst unten und gehe dann nach links und versuche dann an seinen Schwanz zu kommen. Das heißt, ich muss mir wahrscheinlich jetzt wirklich merken, wo er langschwimmt. Wo er langschwimmt. Erst da rein. Dann geht er da rein. Das heißt, ich kann mich jetzt... Oh Gott. Noch zwei. Jetzt hat er sein Ding ausgebildet. Oh. Ey, das ist doch... Jetzt ist es wieder weg. Boah, ist das fies. Wo geht das andere Fehler? Kommt's. So, nach unten verkriechen. Und im Prinzip muss ich jetzt hoch. Scheiße. Scheiße. Das ist mit Sicherheit voll einfach, wenn man weiß, wenn man die Bewegung schon so im Kopf drin hat. Jetzt habe ich jetzt schon mein Herz verloren. Das werden ja immer mehr von den Viechern, je länger man wartet, oder was. Oh, ich habe ein Herz bekommen. Wie das denn? Okay, das war eine schlichte Idee. Wenn ich wenigstens mal jetzt irgendwie an das zweite Ding rangehme. Und dann eine ordentliche... Oh. Oh, da habe ich gepennt. Da habe ich total gepennt. Nicht auf unten geachtet. Aber wenigstens kriegen wir mein Herz immer. Das hat schon mal viel Wert. So, er schwimmt hoch. Jetzt müsste er schräg runter, um zur anderen Ecke zu kommen. Und da müsste ich mich schon rechts irgendwie im Wasser befinden. Und der Schlange ausweichen. Das ist echt eine Geduldsprobe. So, gleich schon mal nach rechts schwimmen. Jetzt. Yes. Jetzt verstecke ich mich mal. Oh, oh. Gar nicht. Jetzt hat er es am Maul drin. Jetzt müsste man... Jetzt muss man praktisch vorher wissen, wo er herkommt. Scheiße. Er hat es dem Maul nochmal zugemacht vorher. Links, oben, rechts, glaube ich, war es. Mal gucken, ob wir das jetzt nochmal hinkriegen. Wäre schön. Wäre ja schön. Wäre ja schön. Er verkrümelt sich. Jetzt könnten wir schon mal hinschwimmen. Nein. Nein. Zu langsam. Zu langsam. Zu langsam. Zu langsam. Ich glaube, das Vieh schwimmt an die Position, wo wir uns zuerst befinden. Das heißt, wenn wir etwas tiefer sind, können wir dann hochschwimmen und das Ding gleich schlagen. Aufpassen. Jetzt kommt's. Oh. Jetzt kommt's. Oh. Oh. Ganz schlecht. Ganz gut. Yes. Ja. Ja. Geil. Da freue ich mich. Du hast mich gerettet. Herrlich. Ich liebe den Humor. 103 reicht das für zwei so haben wir das auch geschafft ein glück ich habe ganz vergessen da oben geht es ja zum gebirge mit den feen vielleicht haben wir glück und wir finden da noch ein paar tuns oh man ich glaube 21 oder so bräuchten wir jetzt noch um hier den schatz zu holen 180 16 ok ich kann dann bloß hoffen dass noch ein paar level da oben sind ansonsten groß mahlzeit gut wir werden es ja in der nächsten folge sehen spitze bedanke mich bis dann